Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Moody Amal. Das letzte Soloalbum von Moody, Hasret, erschien im Mai 2018 und liegt somit schon mehr als zwei Jahre zurück. Im August 2019 folgte dann auch seine EP Shams, sowie im Februar 2020 das gemeinsame Album mit Enes Maktoub. Wie man es bei Moody gewohnt ist, gibt es auch diesmal einen Albumtitel aus dem Arabischen. Amal bedeutet so viel wie Hoffnung. Amal beinhaltet zwölf Tracks, Features kommen von Ardian Bujupi und Enes. Das Album kommt über Hayat und erscheint als Bundle. Celo und Abdi Mietwagen Tape 2. Vor fast genau zehn Jahren, im Januar 2011, veröffentlichten die beiden ihr erstes Release Mietwagen Tape. Nach zahlreichen Alben in den Jahren dazwischen, bringen die beiden Frankfurter nun die Fortsetzung ihres Klassikers. Mietwagen Tape 2. kommt mit 23 Tracks. Als Features sind unter anderem Azad, Hannibal und Olex Session mit dabei. Das Release kommt über 385 Ideal und erscheint als CD, als Box und auch als Bundle. 18 Karat Narco Traficante Von 2016 bis 2019 veröffentlichte 18 Karat jedes Jahr ein Album und diverse EPs. 2020 war dann das erste Jahr ohne, dafür geht es 2021 direkt zum Jahresanfang los. Der Albumtitel heißt übersetzt so viel wie Drogenhändler, ein Titel, der bei dem Dortmunder mehr als passend erscheint. Narco Traficante beinhaltet 18 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Banger Musik und erscheint als Box und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.